hallo und herzlich willkommen zurück zu und machen wir mal alle steine fertig habe ich hier nachgefügt natürlich nicht das sollte ich mal noch schnell machen ok sagte ich steine steine waren dass man mit und die dreifache menge davon also glaube ich mal ja erstmal so sollte ja gehen so da ist nämlich noch einiges offen von den fundamenten willst du denn hin das hier und das auf jeden fall sehr schön dann das müssen wir später machen ja alles klar schön ins wasser geplopst dann haben wir hier die noch und da hinten und dort perfekt kann ich hier mit anlauf vielleicht ja hat geklappt so da und jetzt hier das noch ich sehe es schon kommt es reicht wieder nicht du noch dahin weg und du so und anlauf kommen wir ja hier hoch ne ok dann kommt hier auch noch einer hin nein zwei ton fehlen auch man wenn sie vielleicht in der nähe noch schnell ran kommt irgendwie ein bisschen ton sehe ich hier ton kommt bitte ein bisschen nur ein bisschen ton hätte ich gerne habe nicht allzu viel luft dann eben nicht dann eben nicht achten schmier kommt noch ein bisschen ton oh ist ja luft perfekt so und jetzt dürfte hier noch ein bisschen ton sein und dann wäre es gut aber nö kein ton ja luft schnappen ist klar ja war doch irgendwo luft nach nee kurz vor schluss mache jetzt hier mal jetzt sind wir auch schneller unterwegs zuerst brauchen wir unseren ucksack der denn landet so und jetzt gehen wir herunter nach ton suchen da unten ist mit sicherheit ton weiß ich doch da ja das sollte auch schon reichen für den anfang oder dann habe ich denn jetzt sechs stück ja das reicht sogar für zwei da von unten sieht es auch irgendwie imposant aus oder wo kam ich jetzt hier raus da so ne so alles klar nicht hier bleibt zu so dann war man jetzt ja auch noch ein hänger kommen mal schon mal dabei sind dann sieht das ganze ein bisschen ordentlich aus und das war hier ja genau ne brauchte ich noch ein paar stängeln aber ich wollte hier können so dingens haben was geht nun mal nicht anders naja was soll's wird so um das fertig zu bauen brauchen wir die dann brauchen wir seile und wir brauchen sie nicht mehr noch pilzziegel wolltest du naschen schon wieder eins weg man 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 die steine kommt auch weg so seile 22 seile reicht die die dinge haben da müsste es doch sein glaube ich hier mit der schaufel rum so dann bauen wir das mal fertig mal hier hin stellen zu da rein bitteschön da auch dann geht da auch durch hier ruhig durch kling 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 das verbraucht hier unmengen an stängeln und zwar zuerst mal so dass wir da hoch kommen so so das klappt ja schon mal so habe ich jetzt ein stängeln über so hier hoch was das für zumachen sonst geht es nicht weiter jetzt mach mal langsam das richtig irgendwas verwirrt mich gerade da passen noch immer auf ihren so und ich kann tragen ameisen rüstung ist an ja ich kann acht tragen das ist komisch sehr komisch ach da hinten ist schon wieder nachgesporen super kommst du mit guck du guck du guck guck du vier umgerutsch dingel irgendwo stimmt hier nicht es müssten doch zwei von denen ja von den decken geben so eine ich kann nur fünf tragen wieso kann ich nur fünf tragen ach so die arme und rüstung ja verstanden die arme und rüstung ist ja die habe ich ausgezogen ist klar so schön jetzt nicht gut dran da genau so dann bräuchte ich ja hier schon wieder dann ja alles klar gut die treppe auch dahin bauen können dann wäre das immer so hoch darüber egal dann kommt die nächste treppe hat dahin und zwar hier so eine eine treppe und ich baue die hier hin dann stört die nicht beim rumlaufen also in heute war wieder sehr maulvoll oder zuerst die treppe fertig bauen brauchen wir noch krass so ein männer stengel ball wieder halt das ist ja nicht normal ein habe ich noch ein habe ich noch er hat nicht gereicht aber wir haben ja noch eine palette nehmen wir uns die noch zur brust ja nur mit der zugbrücke da sieht es halt nicht gut aus es wird nämlich nicht funktionieren gleich funktioniert sondern an der burg selber weil ich da weiter nach hinten gehen kann ja man kann es testen aber ich glaube nicht dass es funktioniert wo will ich denn hin wo will ich denn in so da voll machen das war es ja dann naja oben müsste ja auch noch zeugs hin genau wo muss noch zeugs hin vorragend so ne so zeugs muss dahin man ich vermisse immerhin arme ist doch noch für die paar stengel machen wir das auch nicht mehr so 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 ist einer drin ne genau dahin dahin sondern jetzt ein stengel noch genau der kommt dann da und hier oben ich kann mir kann ja noch nicht hoch springen geht ja nicht mehr mal schon getestet es geht doch dann kommen hier nämlich noch zinn drauf und dann sind wir hier durch immer so zack 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 ja prima prima so zudel ziegel haben wir noch genug dazu klappen dann heißt es jetzt wieder stengel sammeln die mauern stehen das ist schon mal sehr gut ich stelle das glaube ich gerade mal da oben hin soeben mal da hinstellen dann den weg klopfen gleich reichen die ja noch schon nicht noch schon ne tun sie nicht ach ich habe hier nur fünf ne noch fünf aufnehmen ok und da hinten gibt es noch einen stengel mit vier oder auch nicht das will ich mich hierhin stellen weil die dann in die richtung wo ich gucke oder das egal ja von wegen vier aber erst ne so 1 2 3 4 5 6 super kopf supi das baume heute noch fertig oder was hat es flags jetzt mal 1 stengelager ich habe doch hier irgendwo hin gepflanzt da ist es So, so, so. Da, da reicht das. Das hat aber nicht sehr viel Wasser gegeben, oder? So. Ja, ja, ist gut. Ja, ist gut. Gut, macht gar nichts. Wir brauchen ja Spinnweben ohne Ende. So. Dengel, Dengel. Da hinten ist auch noch so ein... Das gibt ihm vier. Okay, dann packe ich das mal hier drauf und hole mir noch die vier. Das sind wir dann wirklich vier, oder? So. Der, der Kleine hier, den meine ich. Oder Spinnen in der Nähe. Naja. Die bewachen das Holz. Genau. Eins, zwei, drei und vier. Und dann geht's wieder zurück. Ich will das noch fertig bekommen. Spinnenweben übersehen. Egal. Aber, ich mache jetzt hier einen Stopp. Ich mache einen Stopp. Und ziehe mir sofort die andere Rüstung an. So, jetzt geht's aber, oder? Komm, bevor es dunkel wird. Ich will das vorher fertig haben. Da ist immer noch die Laus. Da ist sie. Lausbuer. So. So, alle Umfälle noch vier. So, das ist fertig. Das ist fertig. Noch eine Lage. Oder? Was haben wir denn noch? Ja, komm. Hier machen wir auch noch den Boden hin, damit es gleichförmig aussieht. Oh, vier. Beleuchtung fehlt noch, oder? Ich glaube schon. Ach, krass. Krass. Was? 4, 3, 2. Kein Plan. Auch in drei Tagen ist schon wieder Weihnachten. Wie die Zeit vergeht, ne? Aber ich glaube, den Rest machen wir dann andermal. Sonst wird es zu lang, das Video, oder? So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin sage ich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020